Hallo, mein Name ist Petra Lohr. Ich komme aus Vilsheim, das liegt in Niederbayern und ich habe vor ein paar Tagen das Mietbett testen dürfen. Ich war skeptisch und habe mich dann am späten Nachmittag zurückgezogen und habe mir zuvor eine große Liste mit all meinen Zipperlein und mit meinen Wünschen geschrieben. Ich glaube, das waren eineinhalb, die noch vier Seiten voll. Ich habe mich dann hingelegt und war voller Erwartung und aufgeregt und ein bisschen hippelig. Dann habe ich das Mietbett aktiviert mit 90-10 Mietbett und dann alles, was ich aufgeschrieben habe, vorgelesen laut und dem Mietbett gesagt, dass es jetzt einfach loslegen soll und dann habe ich erst nichts gespürt und nach einiger Zeit habe ich gemerkt, dass vom Kopf oben runter im Gehirn, dass es wie so kleine pritzelige Stromstöße oder so, kann ich es jetzt bloß so vergleichen, dass ich gefühlt habe und dann habe ich mir gedacht, ach ja, da tut sich jetzt ein bisschen was und das nächste, was ich noch gespürt habe in der Magengegend, dass es da auch zum Arbeiten begonnen hat, das waren auch so wie so Kitzeln im Magenbereich, das habe ich noch gespürt. Genau, dann habe ich einfach das machen lassen und glaube, ich bin ein bisschen eingeschlafen und nach zwei Stunden habe ich das Mietbett ausgeschalten und als ich wiedergekommen bin, habe ich das Gefühl gehabt, ach, jetzt setze ich mich hin und bin dann, ich glaube mal so zwei Stunden im Schneidersitz gesessen, hat sich auch gut angefühlt im Sitzen und dann habe ich irgendwie eine sehr schöne Begegnung gehabt und zwar habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass eine Freundin, die verstorben ist seit zehn, zwölf Jahren und mit der ich sehr innig war, dass der ihre Präsenz da ist. Dann habe ich ihren Namen gesagt und dann habe ich gemerkt, dass mir, dass mich am ganzen Körper schaudert und dass sie da ist und das war einfach so eine sehr liebevolle Energie von ihr. Ich habe das gespürt, das ist sie und das hat eine Zeit lang gedauert, wo sie einfach bei mir da war und ich war irgendwie so, ja, zu Tränen gerührt und so froh. Genau, das war ein sehr, sehr schönes und inniges Erlebnis. Habe ich jetzt nicht gedacht, dass das mit dem, im Zusammenhang mit dem Mietbett auch geht, aber ja, da bin ich sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung und ja, jetzt bin ich am überlegen, ob ich vielleicht diesem Forschungsteam, wenn ich darf, beitrete, weil es ja sehr interessant ist und ich merke, wenn ich darüber rede oder wenn ich daran denke, dass das irgendwie in mir so ein Wachrütteln ist. Genau, ich hoffe, dass alle, die das Mietbett auch testen, auch so schöne, positive Erfahrungen haben und wünsche euch alles Gute.